Ah, hier sitze ich nun, ich Amateur und bin so klug wie je zuvor. Ihr habt danach verlangt und heute kommt es mal. Wir hatten schon ein Video, da ging es um die Nahrungstipps, Ernährungstipps, die eure Ernährung auf 70% bringen. Da waren natürlich auch ein paar Supplement-Tipps bei. Aber jetzt tauchen wir ein wenig tiefer in die Supplement-Thematik ein. Und heute gibt es die Top 5 Supplements. Ganz wichtig dazu zu wissen ist, wenn ihr nur ein Supplement kaufen solltet, dann ist es hier Platz 1. So ist das Ganze gerankt. Wenn nur 2, dann Platz 1 und 2 und so weiter. Die bauen also nicht unbedingt aufeinander auf. Und ich bin hier, das werdet ihr auch gleich hören, nach verschiedenen Kriterien gegangen. Was macht diese Supplements gut? Grundsätzlich eine Voraussetzung ist natürlich immer wieder, bevor es die Supplement-Kritiker gibt, die sagen, das ist eh alles Blödsinn, geht auch ohne. Natürlich geht es ohne. Streitet euch niemand ab. Und es gibt ein paar Prozent dazu. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Es sind Nahrungsergänzungsmittel. Und wenn ein normaler Mensch 20 Gramm Protein nur am Tag zu sich nimmt, dann bringt Protein-Shakes eine ganze Menge. Wenn ein normaler Mensch aber 120 Gramm zu sich nimmt, bringen sie weniger. Und manche wiederum bringen eine ganze Menge. Wer würde auch eins von kennenlernen? Weil man sie von der Nahrung trennen kann. Eine der größten Pro-Argumente für Supplements sind nämlich, dass sie die Ingredienzien aus der normalen Nahrung rausnehmen, die ihr verzweckdienlichen wollt und die anderen weglassen. Also wollen wir normalerweise viel Protein, dann brauchen wir Unmengen an Fleisch und dergleichen. Damit kommen aber auch ein paar andere Nährstoffe, die wir vielleicht nicht wollen. Und hier können wir es isolieren. Aber gut, hier geht es nicht generell um Sinn und Unsinn von Supplements. Dazu gab es auch schon Videos. Jetzt steigen wir ein, die Top 5. Und damit kommen wir zunächst zu Platz 1. Und das ist ganz klar der König Protein-Shakes. Protein-Shakes gehören in jeden Haushalt. Protein-Shakes übersteigen bei weitem die Grenzen des Bodybuilding und des Fitness-Sports und dergleichen. Das heißt, auch das normale Mütterchen zu Hause kann davon profitieren, Protein-Shakes zu Hause zu haben. Die sind für jedermann ganz gut. Damit kann man kaum etwas falsch machen. Ihr müsst schon wirklich tonnenweise davon zu euch nehmen, damit es auch wirklich giftig oder Nebenwirkungen oder sonst irgendetwas hat. Ansonsten habt ihr einfach nur mehr Proteine und ein kompletteres Aminosäure-Profil. Also Proteine sind der Grundbedarf. Für euch als Bodybuilder interessant. Es ist so eine Art flächendeckende Abnetzung von eurer Ernährung. Ihr solltet möglichst am Tag verteilt eure Proteine zu euch nehmen. Dabei helfen euch dann die Protein-Shakes. Denn ihr könnt nicht über den Tag verteilt nur Steaks, Thunfisch oder sonst irgendetwas essen in den meisten Fällen. Profi-Bodybuilder sind hier mal ausgenommen. Aber die meisten, die den Alltag haben, können das nicht ständig leisten. Außerdem ist auch ein Protein-Shake wesentlich schneller zugänglich. Da ihr nicht mehr extra resorbiert werden muss, so wie manche Fleischarten und dergleichen. Also habt ihr es auch noch schneller, was ihr da haben wollt. Und das ist das Tolle an Protein-Shakes. Also versucht sie zu verteilen. Wer von euch sowieso, wie ich, ein bisschen Probleme damit hat, weil er Vegetarier ist, der kann die natürlich noch wesentlich besser gebrauchen und sinnvoller im Tag einsetzen. Aber auch so, wer eine einseitige Ernährung hat, selbst wenn da viele Proteine bei rumkommen, aber da nutzt es sich auch manchmal ein, zwei Protein-Shakes zu ergänzen, weil einfach dann die komplette Aminosäuren-Profile mit dabei sind. Und hier ist eben auch wichtig zu beachten, nur mit dem Protein-Shake könnt ihr schon eine ganze Menge machen. BCAAs, EAAs, das sind ja alles Aminosäuren. Die sind schneller verdaut? Ja, das ist das Gute daran. Und deswegen kann man sie natürlich speziell einsetzen. Sie haben alle einen speziellen Einsatzgebiet. Aber, wenn ihr schon alles mit Protein-Shakes abdeckt, dann wird das immer weniger zu tragen kommen. Habt ihr also zum Beispiel zwei Stunden vor dem Training 30, 40 Gramm Protein zu euch genommen, dann werdet ihr in den meisten Fällen einfach gut proteinversorgt sein. Also diese ganzen EAAs vor dem Training, während des Trainings, nach dem Training, kommen dann nur noch geringfügig zur Geltung, wenn überhaupt. Dann müsst ihr schon richtig krasse Viecher sein. Und so könnt ihr damit eigentlich schon so ziemlich alles machen. Klug einsetzen, über den Tag verteilt, Protein-Shake, absolute Nummer eins. Alles, was blau ist, ist gut. Das haben meine Eltern schon immer gesagt. Platz zwei. Kreatin. Jetzt wird man sich erstmal fragen, deswegen räume ich das Feld von hinten auf, warum nicht Vitamine und Mineralien? Grundsätzlich sind das wichtigere Stoffe für euren Körper, klar. Aber hier das Argument, viele haben schon Vitamine und Mineralien durch die normale Ernährung abgedeckt und man kann das auch dadurch besorgen. Kreatin? Kaum. Ja, Kreatin ist Fleisch drin. Aber nicht so, wie wir es wollen. Wir wollen Kreatin, um es richtig gut einzusetzen, meistens auf nüchternem Magen haben. Dann können wir es auch gezielter fürs Training einsetzen, gezielter manche Effekte davon ausnutzen. Grundsätzlich schaffen wir es auch nicht durch den Fleischkonsum ein so hohes Kreatin-Level zu bekommen. Und Kreatin ist das Supplement, das auch die meisten Studien hinter sich hat und am ehesten bewiesen ist, welche krasse Wirkung es hat. Außerdem so ziemlich eines der wenigen Supplements in der gesamten Supplement-Liste, wo man unmittelbar eine Wirkung spürt. Also innerhalb von nur wenigen Tagen bis Wochen merkt ihr, dass ein Kraftanstieg da ist, merkt ihr, dass ihr mehr wiegt, mehr Wassereinlagerung habt und dergleichen. Das kriegt man sonst kaum mit. Proteine zum Beispiel, wenn ich jetzt durch die Glaskugel gucken könnte, dann hätte ich mal einen Wunsch. Angenommen, ich würde alle Protein-Shakes, die ich in meinem Leben vertilgt habe, und das war eine ganze Menge, subtrahieren. Wie sehe ich genau jetzt aus? Gott, würde mich das interessieren. Und ich glaube, jeden Bodybuilder da draußen. Kreatin ist eine klare Sache und man kann es immer wieder beweisen. Und deswegen ist es auf Platz 2 vor allem sportspezifisch. Ja, Regeneration, Gesundheit und so weiter sind Vitamine und Mineralien besser. Aber, dazu kommen wir nämlich im nächsten Punkt, diese nehmt ihr meistens auch schon so zu euch. Kreatin eben nicht. Und deswegen ganz klar Platz 2. Platz 3, ihr habt es gerade schon gehört, Vitamine und Mineralien. Jetzt kommen sie doch noch rein. Vor allem auch da wieder das gleiche Argument wie bei Proteinen. Für diejenigen, die nicht genug von dem grünen Zeug zu sich nehmen und vor allem nicht alle Vitamine, denn da so viel Grünzeug kann kaum jemand zu sich nehmen. Und dann müsste er wirklich gezielt gucken, wo auch alles drin ist und dann hat er doch einen Vitamin verpasst. Eine Vitamintablette hat 40 verschiedene Vitamine in den meisten Fällen drin und Mineralien. Und ihr seid sorgenfrei. Und nochmal die Betonung, nur darum geht es bei Supplements. Sorgenfrei, auf Nummer sicher gehen. Vielleicht habt ihr hier und da mal dann ein bisschen zu viel, weil ihr schon den Salat dazugenommen habt oder das Obst. Aber ihr werdet es nicht überdosiert haben. Die Vitamintablette jeden Tag sorgt einfach nur dafür, dass alles abgedeckt ist und es ist aus eurem Kopf. Und natürlich ganz wichtig durch diese Mikronährstoffe, die so wichtig sind für gerade unser Immunsystem und damit für die Regeneration ist das eine Sache, die ein Muss ist für jeden Sportler. Kreatin zum Beispiel muss nicht für jeden Sportler sein, wer Handball spielt oder Billard oder sonst irgendetwas. Nein, aber Vitamine, Mineralien auch da wieder für die Normalpersonen sicherlich auch noch interessant. Aber für die, die besonders auf Regeneration achten müssen, Leistungssportler, Sportler, ist es schon fast ein Muss. Also grundsätzlich Vitamine, Mineralien abdecken mit einer Tablette oder zwei und dann habt ihr das auch. Ich zähle es mal hier zusammen. Und damit kommen wir schon zu Platz vier. Hier, das ist etwas, was nun ja etwas gemeinsam hat mit Protein und mit Vitamine und Mineralien, aber noch weiter in die Richtung geht. Und zwar, hier kommt ein Supplement rein, was ich selbst, wo ich selbst keinen Unterschied spüre, wenn ich es nehme oder nicht nehme. Was aber durch so viele Studien belegt ist und bewiesen ist und auch topologisch quasi alles besteht, dass man es reinnehmen muss. Und das sind Omega-3-Fettsäuren. Habt ihr schon viel gehört, ist vor allem wahnsinnig gepriesen worden in den letzten Jahren. Und ja, dem kann man sich nicht entziehen und das will ich natürlich auch nicht ignorieren. Deswegen gehört es mit zu dem Konsum dazu. Aber ich habe schon so oft versucht, Selbsttests zu machen, nur dass es dabei nicht funktioniert. Wenn ich es mal sechs Monate genommen habe und dann mal wieder drei Monate nicht, habe ich einen Unterschied gemerkt. Nein, überhaupt nicht. Aber würde man das unbedingt bei Vitaminen und Mineralien und würde man es auch darauf dann beziehen, dann wird man vielleicht doch mal erkältet und denkt, oh shit, weil ich meine Vitamine nicht genommen habe. Aber natürlich erkältet man sich auch manchmal mit. Also es ist immer wieder die Qual der Wahl. Aber hier auch nochmal betont, auf Nummer sicher gehen. Deswegen Omega-3-Fettsäuren auch für die Leute, die viel Fisch essen. So viel werdet ihr wahrscheinlich nicht essen. Kann nicht schaden. Und damit kommen wir jetzt zu Platz 5. Und da fusche ich ein bisschen. Platz 5 ist ein Pre-Workout-Shake. Deswegen wichtiger als, sagen wir mal, Intra und Post, weil das euch optimal auf das Training vorbereitet. Und den Post könnt ihr wieder gestalten mit normal Kohlenhydrate zu euch nehmen und Proteinen und so weiter. Dazu habt ihr auch schon ein Video hier auf dem Kanal gesehen. Aber der Pre-Workout, der ist ziemlich spezifisch. Und das könnt ihr mit den anderen Sachen nicht machen. Klar, Kreatin ist da mit drin. Aber hier sind es dann besonders die Substanzen. Und das ist eben die Fuscherei, weil es eben mehrere sind, die da drin sind. Vor allem Arginin und Citrullin. Ja, ist irgendwo beides das Gleiche. Beides ist Arginin, L-Arginin. Da gibt es dann AAKGs. Und Citrullin ist quasi eine Sonderform davon. Aber diese machen eigentlich schon viel davon aus. In einen richtigen Pre-Workout-Shake gehört damit Kreatin, vielleicht Blutamin. Citrullin und Arginin ganz sicherlich für den Pump. Man kann Beta-Alanin noch mit dazu nehmen. Man kann ein paar Carbs mit reinbringen. Oder auch ERAs. Aber wichtig, und da würde ich das hier einfach voransetzen, Arginin. In welcher Form auch immer, in den Pre-Workout. Und wenn man es mal allgemein nimmt, dann den Pre-Workout-Shake. Damit habt ihr ein besseres Training, mehr Energie, setzt einen besseren Reiz. Und das ist natürlich auch eine sehr wichtige Sache. Und auch eine unmittelbare Sache. Gerade wenn auch Stimulantien drin sind, wie Koffein, dann ist das sicherlich ein tolles Supplement. Fuscherei, weil da mehrere Sachen drin sind, aber wie gesagt unheimlich wichtig. Und das wären die Top 5, die Grundausrüstung. Danach kommt schon kaum noch was. Hätte man mir jetzt die schwere Aufgabe gegeben, du musst ein Top-10-Video machen, dann wird es ehrlich gesagt echt schwer. Man kann alles mögliche an Supplements nehmen und auf Nummer sicher gehen. Aber das große Problem bleibt, man weiß nie ganz, bringt es wirklich was oder nicht. Wie sehen die Studienlagen aus und so weiter. Deswegen, auf diese 5 schwöre ich, diese 5 möchte ich gar nicht vernachlässigen. Und die gehören bei jedem dazu, der es ein bisschen ernster nimmt. So, ich hoffe, das hat euch was gebracht. Lasst mir den Daumen da, wenn ja. Und kommentiert, was ihr noch alles an Supplement-Tipps haben wollt. Dazu kann man natürlich viel machen. Und zur Nahrung kommt auch noch eine ganze Menge. Aber wenn ihr einzelne Fragen habt zu Supplements, bitte in die Kommentare damit. Und wenn euch das gefallen hat, abonniert natürlich auch den Kanal. Und schaut euch mal die anderen Videos an. Ganz wichtig, da muss ich nicht immer viel wiederholen. Und da sind wahre Schätze bei. Freut mich immer wieder, wenn ihr alte Perlen entdeckt und da auch noch was drunter kommentiert. Kommentiert fleißig. Und dann sehen wir uns schon beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Bei Gotti. Bei Gotti. ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020